Im folgenden ein paar Sätze, die ich niemals aussprechen würde. Boah, ich hab heute so viel Zeit. Mit völlig fremden Leuten ein riesiges Projekt starten. Ey, geil, da bin ich sowas von dabei. Du hast keine Videos auf deinem Kanal und möchtest mit mir ein Dual machen? Los geht's! Heute Abend in einem Club mit lauter Musik und vielen Leuten, da bin ich sowas von dabei. In der Nacht schneide ich eigentlich ungern Videos, da will ich lieber schlafen. Oh, jetzt schreibt mich der Video so ein 100k-Abo-Spaß dir an, wenn wir mit mir was zusammen machen. Ach, du nervst. Boah, 80% Dislikes, ultra nice. Wie viele Abonnenten ich hab? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht. Was mit YouTube Geld verdienen? Na, das machen doch nur Idioten. Boah, geil, ich hab heute wieder so richtig, richtig viel Zeit. Einfach mal eine Runde zocken, ohne aufzunehmen. Das kann ich mir jetzt echt leisten. Wenn ich mit dem Autofahren einen Fehler mache und du mich dann deswegen anhubst, dann will ich überhaupt gar nicht aussteigen und dein Gesicht so lange gegen das Lenkrad schlagen, bis du eins mit deinem Auto gewonnen bist. Boah, was soll ich heute mit der ganzen Zeit anfangen? Meine Zuschauer sind mir eigentlich ziemlich egal. Die Erstellung dieses Videos hat eigentlich so gut wie gar keine Zeit in Anspruch genommen. Was? YouTube? Das wird's nie weit bringen. Fernsehen ist wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und ich verspreche euch, die Videos werden immer pünktlich oben sein. Auch wie viele Klicks meine Videos bekommen, ist mir eigentlich egal. Solange sie mir richtig gut gefallen und ich Spaß dabei hatte. Was? Du willst wissen, wie der Unterschied zwischen den Netzwerken ist und warum ich mich gerade für das Netzwerk entschieden habe, in dem ich bin? Tja, das werde ich jetzt erstmal lang und breit aufdröseln. Ey, wie geil ist das denn? Ich hab für eine ganze Woche vorproduziert. Ja! Aber ich denke, ich werde ab jetzt einfach nur noch auf mein Video hochladen. Boah, ich muss sagen, Longboarden ist echt ultra cool. Dagegen ist Skateboarden ja ein Scheiß. Wie geil ist das denn? Der Upload ist fehlgeschlagen. Direkt nochmal hochladen. Ja! Ich hab so scheiße viel Zeit. Und, wie ich jetzt immer sage, abonnieren, favorisieren, Daumen hochgeben, teilen und schickt's auch eurer Mutter. Also diese Idee hab ich ganz sicherlich nicht von anderen YouTubern, ja? Das ist alles selbst ausgedacht. Ich erfinde meine Räder immer neu. Selbst. Alleine. Warum lade ich eigentlich immer alles in 4K hoch? Ich glaub, 360p reicht fürs nächste Video vollkommen. Ich hab noch nie so viel Zeit gehabt wie jetzt. Ach, ich glaub, heute Abend leg ich mich schon um 9 hin. Ach, geil, ich hab Fraps gar nicht angehabt. Vielen Dank fürs Zusehen bzw. Zuhören. Kommen wir wieder zur Realität. Die Zeit ist wirklich überhaupt gar nicht vorhanden. Deswegen, ich kann nur noch schnell irgendwas hier futteln, doch. Dennoch will ich euch natürlich versorgen mit Content und das hab ich hoffentlich hiermit ein bisschen gemacht. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.